Viele von euch haben das Gefühl, dass es verdammt teuer ist, wenn man vor Gericht zieht. Und das Gefühl trügt euch nicht, aber es hängt von einigen Faktoren ab, wie teuer es wirklich wird, wenn man klageweise seinen Anspruch durchsetzen möchte. Was Gerichtskosten sind, wie sich Gerichts- und Anwaltskosten in einem Prozess berechnen, das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wille, Beuger & Solmecke. Und vielleicht wolltet ihr immer schon mal wissen, was es eigentlich so kostet, einen Anwalt zu beauftragen, jemand anderen zu verklagen, dann möglicherweise zu verlieren und alle Kosten tragen zu müssen. Dann seid ihr hier jetzt ganz genau richtig. Denn ich erkläre euch mal, was so ein Prozess kostet. Dabei unterscheide ich zwischen einem Zivilprozess und einem Strafprozess. Fangen wir erstmal mit dem Zivilprozess an. Was ist ein Zivilprozess? Ein Prozess, wenn ihr jemand anderen verklagt. Das heißt, ihr wollt irgendwas von jemand anderem. Ihr wollt von euren Mietern eine höhere Miete haben. Oder euer Vermieter verklagt euch auf, weil ihr die Miete nicht gezahlt habt. Es geht darum, dass euch jemand Schadenersatz zahlen soll. Es geht darum, dass jemand eine Ware zurücknehmen soll. Das alles ist ein Prozess im Zivilrecht. Also nicht im Strafrecht, sondern im Zivilrecht. Und diese Prozesse im Zivilrecht werden vor den sogenannten ordentlichen Gerichten ausgetragen. Das ist Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof. Welche Kosten fallen da an? Naja, es fallen Kosten erstmal für den eigenen Anwalt an. Wenn nichts anderes vereinbart ist, richten sich unsere Anwaltsgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Da gibt es erstmal Gebühren, Pauschalen für Porto zum Beispiel, 20 Euro. Und nach einer Tabelle für das, was ich eigentlich an Arbeit geleistet habe. Diese Tabelle ist die Berechnungsgrundlage für meine Gebühren. Also, diese Tabelle ist eine Streitwerttabelle. Was bedeutet Streitwert? Der Streitwert ist der Wert der Sache, um die es geht. Also, das ist ganz einfach. Wenn ihr ein Handy habt, was 500 Euro kostet, dann ist der Streitwert 500 Euro. Wollt ihr von eurem Freund 10.000 Euro zurückhaben, die ihr ihm mal geliehen habt, dann geht es hier um 10.000 Euro. Und lässt sich der Streitwert nicht ermitteln, weil man gar keine Anhaltspunkte hat, dann gibt es einen Standardstreitwert von 4.000 Euro. Das heißt aber nicht, dass ihr 4.000 Euro zahlen müsst, sondern 4.000 Euro ist nur die Basis in dieser Tabelle, in der sogenannten RVG-Tabelle, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz-Tabelle, wo man dann entnehmen kann, welche Gebühren bekommt der Anwalt. Und das ist übrigens nicht so, dass ein Prozess um 10.000 Euro doppelt so viel kostet wie ein Prozess um 5.000 Euro. Unsere Gebühren gehen etwa so in so einen Bogen. Erst steigen die relativ steil an, wenn es bei kleinen Streitwerten noch relativ steil und nachher, egal wie hoch der Streitwert ist, umso mehr flacht das ab. Warum kriegen Anwälte überhaupt mehr Geld, wenn der Streitwert höher ist? Die Arbeit kann doch genau die gleiche sein, ob ich mich jetzt um Handy für 10 Euro streite oder um 1.000 Euro. Das ist auch die gleiche Arbeit und deswegen haben wir lieber höhere Streitwerte natürlich, aber die Haftung ist auch höher bei höheren Streitwerten. Wenn wir uns nämlich vertan haben, müssen wir selber zahlen und das ist der Grund, warum wir bei höheren Streitwerten auch mehr Geld bekommen. Gucken wir also uns mal an. Wir nehmen zum Beispiel mal 9.000 Euro Streitwert. Es geht also um meinetwegen ein gebrauchtes Auto, was zurückgegeben werden soll oder wo ein Schaden dran ist und da ist ein Schaden von 9.000 Euro dran. Dann wird der Streitwert festgelegt 9.000 Euro und jetzt ist erstmal die Frage, wie viel bekommt in einem Prozess, wenn ich jemanden verklage, der Anwalt. Und da muss man drei Stufen eines solchen Prozesses betrachten. Da ist zunächst mal die außergerichtliche Tätigkeit und für die außergerichtliche Tätigkeit bekomme ich, das nennt man eine 1,3er Geschäftsgebühr. Also man sagt eine 1,0er Gebühr wären jetzt hier 558 Euro. Das kann man dieser Tabelle entnehmen. Was ist eine 1,0er Gebühr bei einem Streitwert von 9.000 Euro? Dann liest man an der Seite, ah ja, das sind 558 Euro. Kriegt der Anwalt den 1,0, wenn er außergerichtliche Tätigkeit ist? Nee, er kriegt 1,3. Also muss man die 558, die man aus der Tabelle nimmt, mit 1,3 multiplizieren. Dann weiß man, ich kriege 725 Euro als Geschäftsgebühr, wenn ich außergerichtlich für euch tätig werde bei einem Streitwert von 9.000 Euro. Und wenn ich sonst nichts vereinbart habe. Jetzt bringe ich die Sache zu Gericht. Dann kommt es zur Geschäftsgebühr, nochmal eine Verfahrensgebühr drauf. Und die Hälfte der Geschäftsgebühr wird sogar angerechnet, weil ich ja schon ausgerichtlich ein bisschen was getan habe. Und die Verfahrensgebühr ist nochmal so hoch. Ebenfalls 1,3. Also nochmal 730 Euro. Aber ihr habt ja die Hälfte angerechnet von der Geschäftsgebühr. Sind wir nur noch roundabout bei 1.000 Euro Anwaltsgebühren. Jetzt kommt es zu einem Gerichtsprozess. Dann kommen nochmal 669 Euro hinzu. Also eine 1,2er Gebühr. Sind wir bei 1.700 Euro etwa für den eigenen Anwalt. Sofern ihr nichts anderes vereinbart habt. Also streitet man um 9.000 Euro, muss man dem eigenen Anwalt, wenn man durchs ganze Gerichtsverfahren geht, eine Instanz ungefähr 1.700 Euro zahlen. Wenn die Sache besonders schwierig ist, können diese 1,3er Gebühren auf 1,4, 5, 6, 7, 8 oder sowas, also 1,8 hochgehen. Aber lasst mal die normale Gebühr, die 1,3 mal ansetzen. Ihr wollt ja ungefähr wissen, was sowas kostet. Also sind wir ungefähr bei, mit der Anrechnung bei rund 1.700 Euro für einen Gerichtsprozess um 9.000 Euro. So, jetzt allerdings ist es so, dass natürlich den, den ihr verklagt, der muss einem Anwalt genauso viel zahlen. Auch nochmal rund 1.700 Euro. Dann sind wir schon bei 3.400 Euro. Und es kommen nochmal Gerichtsgebühren hinzu. Die liegen auch nochmal bei 750 Euro etwa. So, dass wir bei einem vollen Prozess mit mündlicher Verhandlung und Urteilen am Ende, so, dass wir in der Summe bei 4.100, 4.200 Euro ungefähr sind, wenn man sich um 9.000 Euro streitet. Ganz schön hart, weil das fast die Hälfte des Geldes ist, was man eigentlich haben will. Was sich da so aufsummiert. Die Gerichtsgebühren übrigens, die berechnen sich nicht nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, sondern die berechnen sich nach dem Gerichtskostengesetz. Was auch noch passieren kann, dass da noch Auslagen hinzukommen, Zeugen, Sachverständige, Reisekosten. Das wird das alles nochmal teurer machen. Aber so roundabout könnt ihr euch merken, also wirklich über den Daumen gepeilt. So ungefähr die Hälfte des Streitwertes kostet den Verlierer der Prozess. Jetzt habt ihr also 10.000 Euro, ungefähr 5.000 Euro. In höheren Regionen nimmt das dann ab und unten ist es ein bisschen stärker. Aber wenn man das ungefähr wissen will, was kostet den Verlierer einen Prozess, komplett über den Daumen, nehmen 50% des Streitwertes, dann wisst ihr ungefähr, was der Verlierer zahlen muss. Also wenn ihr meinetwegen 5.000 Euro ungefähr einklagt, dann müsst ihr ungefähr 2.500 Euro rechnen. Ein bisschen mehr geht ihr so 2.8 rum, weil die Kurve ja so verläuft. An Anwaltskosten, Gerichtskosten und eben Anwaltskosten von zwei Seiten. Und jetzt ist es noch so, teilweise habt ihr natürlich Anwaltskosten frei vereinbart. Wir zum Beispiel machen immer eine Vereinbarung nach Stundensatz. Weil das Geld, was man verdienen kann, ja, bei einem komplizierten Prozess nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz einfach nicht ausreicht. Da sagen wir, okay, dir geht es ums Prinzip, uns aber nicht. Also klar machen wir es nicht aus Prinzip, wir machen es als Job. Ihr macht es vielleicht aus Prinzip, weil euch ein Mensch stört, aber ich mache es ja nicht aus Prinzip, ich mache es ja als Job. Und dann sage ich, ich kann das nur annehmen, wenn ihr mir meinen Stundensatz zahlt. Und ja, der kann manchmal höher liegen als Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Beziehungsweise Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ist immer das Minimum, was man zahlen muss in einem Gerichtsprozess. Und da muss man dann wissen, wer mir jetzt etwas freiwillig Höheres zahlt und vielen anderen Anwälte, die wollen auch was Höheres haben als Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und einen Prozess zu 100% gewinnt, kriegt trotzdem von der Gegenseite nur das erstattet, was er nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hätte zahlen müssen. Und wenn ihr mir zum Beispiel 2.500 zahlt statt 1.700, dann bleibt ihr bei einem gewonnenen Prozess auf 800 Euro Kosten hängen. Die müsstet ihr mir dann privat, wenn man so will, zahlen, weil ihr gesagt habt, nee, wir wollten unbedingt diesen Anwalt haben. Auch wenn der ein bisschen teurer ist, dann muss man das eben entsprechend so in Kauf nehmen. In den ganzen Spezialgebieten, in denen wir tätig sind, ganzen Medienrechte, da sehen die das auch ein, dass man damit jetzt nicht gerade zu einem Feldwald- und Wiesenanwalt geht. Und in einigen anderen Sachen, wie zum Beispiel dem Verkehrsrecht, haben wir auch eine Schiene. Da machen wir dann auch Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, weil ich da den Leuten nicht meine Stunden verkaufen könnte. Dafür habe ich dann eben einen schlanken Abarbeitungsprozess, der optimale Verteidigung sicherstellt, weil wir über Computersysteme genau wissen, wie bei dem und dem Blitzgerät verteidigt wird und so weiter. Und dafür das aber auch verhältnismäßig günstig dann nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz entsprechend anbieten können. Ein bisschen mehr Gebühren kommt man darauf, wenn man im Vergleich ist. Der Richter sagt übrigens, wer welche Gebühren tragen muss. Wenn man zur Hälfte im Verfahren gewinnt, dann ist normalerweise Kosten gegeneinander, muss jeder seine Gebühren selbst tragen. Das ist dann natürlich auch ein bisschen blöde. Dann gibt es noch Prozesskostenhilfe, wenn ihr euch das Ganze nicht leisten könnt, so ein Gerichtsverfahren. Dann kann man Prozesskostenhilfe beantragen und je nachdem, wie reich oder nicht, die kriegt man auch nachgeschaut, wenn man nicht mehr als den Sozialhilfesatz zur Verfügung hat und nicht mehr als 3.000 Euro Ersparnis oder sonstiges Vermögen. Und dann berechnet der Rechtspfleger, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und dann kann es sein, dass man die Kosten des eigenen Anwalts der Gerichtskasse, also die hat das erstmal vorfinanziert, dann ratenweise wieder zurückzahlen muss. Das könnte sein. Was übrigens auch wichtig ist, diese Prozesskostenhilfe, die trägt natürlich nur die Kosten des eigenen Anwalts. Wenn ihr verliert, müsst ihr noch die Kosten des gegnerischen Anwalts zahlen, selbst wenn eure Kosten komplett gedeckt werden und ihr seid in den Prozess reingegangen und ihr verliert, dann müsst ihr die Kosten des gegnerischen Anwalts zahlen und natürlich das, wozu ihr verurteilt worden seid. Also meinetwegen 9.000 Euro verurteilt und plus die 1.700 Euro dann entsprechen die Kosten des gegnerischen Anwalts. Naja, und dann gibt es noch die Rechtsschutzversicherungen, die in der Regel die Anwaltsgebühren übernehmen, aber nur nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hat hier ein Anwalt einen Stundensatz, der höher liegt als Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, tragen das die entsprechenden Rechtsschutzversicherungen auch nicht mehr. Ansonsten zahlt die Rechtsschutzversicherung, anders als bei der Prozesskostenhilfe, die eigenen Anwaltskosten, die gegnerischen Anwaltskosten und die Gerichtskosten. Das ist sicherlich eine praktische Angelegenheit. Deswegen können wir manche Prozesse auch nur führen, weil eine Rechtsschutzversicherung dahintersteht. Erst dann kann man wirklich auch bei Prozessen, wo ich sage, puh, Gewinnschance 30, 40 Prozent, trotzdem noch durch die Instanzen gehen. Ja, und oft hat man dann eben das Glück. Ich meine, 1 zu 3 Chance ist doch eigentlich fair. Wenn ich aber nachher auf Kosten von 4, 5.000 Euro hängen bleibe, sagen viele, dann mache ich nicht. Und da kann eine Rechtsschutzversicherung sicherlich hilfreich sein. Die haben manchmal noch Selbstbeteiligung von 100, 150 Euro drin. Aber auch das kann sich lohnen. Wenn es ansonsten 4.000 Euro auf dem Spiel stehen, lohnt sich auch noch die Selbstbeteiligung. Dann habe ich mir noch angeschaut für euch das Strafrecht. Da geht es darum, dass der Staat euch anklagt, weil ihr was geklaut habt, weil ihr jemanden verletzt habt, eine Körperverletzung, weil ihr eine Trunkenheitsfahrt am Steuer hattet. Da könntet euch in gewissen Situationen selbst verteidigen, aber nicht ratsam. Da nehmen sich fast alle einen Anwalt. Und auch da wieder sieht es so aus, dass es Gerichtsgebühren gibt. Die richten sich in der Regel nach der Höhe der Strafe, die zu erwarten ist. Meinetwegen bei einer Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten haben wir 140 Euro in der Gerichtsgebühr. Bis zu 2 Jahren, 420 Euro bei Geldstrafe gibt es auch noch, da kommt es auf die Tagessatzhöhe an. Also das muss man noch ins Kalkül ziehen. Und dann gibt es die Kosten für den eigenen Verteidiger. Auch da richtet sich das Ganze wieder nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Vor dem Amtsgericht nach RVG liegen die für den eigenen Verteidiger bei ungefähr 2.000 Euro maximal. Aber auch da, ihr werdet keinen guten Strafverteidiger nach RVG finden. Ja, da muss man schon schauen, dass man jemanden findet, der noch bezahlbar bleibt. Auch nach RVG kommen übrigens pro Verhandlungstag nochmal maximal 570 Euro obendrauf. Also da bleibt es dann auch nicht ganz bei den 2.000 Euro. Was aber in Ordnung ist, weil ich muss sagen, Strafrecht ist auch wirklich viel, viel Aktenwälzerei. Die lesen stundenlang an den Akten, das sind solche Packs. Und wenn man da dann 20 Stunden, 30 Stunden dran ist, dann den Stundensatz runterrechnet, ist das auch nicht mehr so pralle, wenn man nur nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bezahlt wird. Deswegen machen so viele Strafverteidiger Gebührenvereinbarungen. Auch da gibt es noch Dolmetscher, Sachverständige, Zeugen, Nebenkläger. Solche Kosten können auch noch alle auf euch zukommen, wenn ihr in so ein Strafverfahren reingezogen werdet. Also, eine Menge Infos, was kostet so ein Gerichtsverfahren beim Zivilprozess, habe ich gesagt, rund über den Daumen gepeilt. 50% der Summe, die ihr da einklagen wollt, aber es ist wirklich sehr, sehr grob. Wer das genau wissen will, sucht mal nach dem Wort RVG-Rechner. Bei Google RVG-Rechner oder pentos.rvg.ag oder sowas. Das ist ein guter RVG-Rechner, dann wisst ihr nachher genau, was kostet jede Instanz. Übrigens, wenn ihr dann in die zweite Instanz, also Berufung, Revision und so weiter geht, wird es immer noch einen Tacken teurer. Dann kostet es nicht nochmal so viel wie die erste Instanz, sondern noch einen kleinen Tacken, einen Schnaps obendrauf, weil dann die Richter sich vielleicht nochmal ausführlicher damit beschäftigen. Jedenfalls wird es nach oben hin dann teurer, wenn man dann noch in die Berufung geht. Kann einem natürlich auch passieren. Ich habe jetzt nur die Kosten für die erste Instanz genannt. Gewinnt man in der ersten Instanz, muss nichts zahlen. Dann sagen wir mal kurz, das wäre noch durch. 9.000 Euro, erste Instanz, ihr gewinnt, müsst nichts zahlen. Zweite Instanz, ihr verliert, müsst dann 9.000 Euro zahlen. Das heißt, ihr habt die 9.000 Euro, die ihr einklagen wolltet, nicht bekommen und müsst noch 9.000 Euro obendrauf zahlen. Das ist das, was man schon mal hört, warum sollte ich schlechten Geld, Gutes hinterherwerfen, wenn man Prozesse verliert. Ist natürlich super ärgerlich, da hilft dann wieder eine Rechtsschutzversicherung. Und ja, manchmal sind die Summen so hoch, Millionenstreitwerte. Da ist das, was das nach RVG kostet, sowieso verhältnismäßig klein zu dem, um was es da geht. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick da rein vermitteln, wie das bei uns mit den Gebühren in der Regel so abläuft. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns hier morgen schon wieder mit dem nächsten Video. Würde mich freuen, euch als neuen Abonnenten für diesen Kanal gewonnen zu haben. Tschüss und bis morgen.